Einen sagt man nicht. Nicht? Okay, gut. Dann jetzt willkommen zum... Ich muss das drin lassen, aber das startet mal neu. Also ich hab jetzt gerade schon angefangen aufzunehmen. Okay, dann lass ich's drin. Über mich ist das drin mit der Farbe, ich glaub dir eins. Egal, das ist sicher. Egal, okay. Wir sind noch nicht im RPG drin. Und weil, ich muss erstmal noch kurz erklären, ihr seht ja, hier ist was passiert und da hinten ist auch was passiert. Und zwar hat meine letzte Aufnahme, da war so ein kleiner, ja, Fail drin. Also was heißt kleiner Fail? Das war eine Katastrophe, weil man hat den lieben Sandbox-LP nicht gehört. Da war derselbe Fail, den wir, wenn das welche gesehen haben, schon mal mit Eckart hatten und so. Auch aufgrund desselben Problems. Und ja, deshalb hab ich jetzt... Wir haben jetzt beschlossen, nochmal aufzunehmen, allerdings ohne nochmal das Backup zu laden. Falls ihr sehen wollt, was in der knappen Stunde, während wir hier gespielt haben, hier passiert ist und woher das hier so alles kommt, da ist schon so in Richtung, glaub ich, ein Leuchtturm zu entstehen und so weiter. Und auch hier dieser Platz. Dann schaut euch das Ganze aus der Sicht von Sandbox an. Aufzufinden auf seinem Kanal. Link in der Videobeschreibung. Genau, aber ich möchte wissen, wir haben heute Dienstag... Keine Ahnung, wann du das hochlädst. Kann sein, dass das bei dir Dienstag ist. Ich weiß, bei dir. Ich will's grad bei dir wissen. Also bei ihm haben wir gerade... Wenn ich das hochlade, höchstwahrscheinlich Montag. Genau. Also bei ihm kommt's am Montag. Bei mir ist so, wir haben heute Samstag, glaube ich, die vierte Folge draußen. Ich hab noch drei Folgen unveröffentlicht. Die werde ich Sonntag, Montag, Dienstag raushauen und dann am Mittwoch die Folge. Das heißt, am Mittwoch dann die erste Folge von der Stunde. Das heißt, am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag kommen dann die Folgen, die vor ihm waren. Das heißt, wir sind dann etwa in einer Woche. Ja, im Moment ist es Samstag, der 19.1. Wenn ich mich nicht irre, läuft gerade noch... So läuft gerade parallel, wettend das. Wettend das, Schatz? Nicht, war kurz. War ich... wirklich? Ähm, ja. Okay, kurz. Wenn ich mich nicht ganz irre. Und ich irre mich eigentlich nicht. Zumindest nicht bei sowas. Wart kurz, äh, 417. Du bist gut, verdammt, du bist gut. Habe ich zum einen heute irgendwann gesehen oder so. Ich glaube, da war Werbung während des Biathlons, war Werbung, war gerade Werbung dafür. Und ansonsten auf Twitter steht sowas auch immer. Oh. Wie gesagt, ich bin auf Twitter. Folgt mir auf Twitter, wenn ihr Lust habt. Und folgt mir, äh, egal. 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 Bei mir steht das auf ORF.at. Ah. Ja, ist halt ORF. Bei in Deutschland ZDF. Nun, okay, fangen wir jetzt... Oder RTL. Oder Pro7. Oder Fox. Oder RTL2. Aber wenn das kommt auf ZDF. Ich weiß, aber trotzdem, ich möchte den ganzen aufhören. In Österreich, bitte die österreichischen Sender. ORF1, ORF2, ORF3, ORF Sport Plus, ATV, ATV2, ServusTV. Also ServusTV kann ich auch empfangen. Ja, das... Ja, ServusTV ist klar, weil es von Red Bull ist. Ja, klar. Okay, fangen wir jetzt hier mit RPG und so weiter an. Okay. Das RPG beginnt in 3, 2, 1. Dieser Gag muss das sein. Ich hasse dich. Okay. Das RPG beginnt in 3, 2, 1. Keine 1. Oh, Mann. Die Sonne geht gleich unter. Das RPG beginnt, sobald wir aus dem Bett wieder zurück sind, okay? Okay, machen wir so einfach. Okay. Auch mit's Bett. Oh, Mann. Ich hasse dich. Wir können auch nicht lieber, nein. Okay. Ins Bett legen, nein. Nein. Ich... Ich leg mich ins Bett, wenn ich's kann. Oh, Mann. Geht schon. Nee. Nee, noch nicht. Okay. Okay. Stirb einfach. So, ich kann mich ins Bett legen. Ja, 3, 2, 0. So, oh, jetzt ist der wieder ein schöner Morgen angebrochen. Ich liebe mein Fenster. Dein Fenster? Ja, mein Fenster. Ach ja, da oben dein Fenster, ich seh's. Ah, da seh ich dich. Ich möchte nicht zu viel liegen, sonst mit das Gras kaputt. Ja. So, mit was machen wir denn heute weiter? Ach so, ich wollte mir ja mal anschauen, was du da bei deinem Leuchtturm hast. Wie der so bisher ist. Leuchttürmchen. Ah, baust du den... Du baust anscheinend dann den unteren Teil des Leuchtturms aus Cobblestone? Äh, ja, den unteren. Ah, gut. Okay, nee, ich muss sich... Okay, raus aus deinem Nachbarn, das ist okay. So. Gut. Ja, also, hätte ich mal vorgehabt. Problem ist, ich werde wahrscheinlich zu wenig Cobblestone haben. Und Hauptgrund ist eher mehr, dass wir zu wenig Kohle haben für Cleanstone. Das ist so ein bisschen das kleine Problem an dem Ganzen, aber ich werde schon... Ich habe noch sieben Bricks und sechs normale. Hm. Das ist halt doch relativ teuer. Ja, das ist das Problem. Ja. Aber man kann auch mit... Man kann ja auch mit Cobblestone Gebäude bauen, die relativ gut aussehen. Ja. Man muss halt bloß die Verzierungen... Man muss halt bloß genügend Verzierungen und so weiter auch aus Cobblestone was mit Treppen zum Beispiel auch verwenden, dann müsste das gehen. Oder mit den Wänden. Hm. Die sind ja auch sehr schön. Haben wir auch da vorne verwendet. Ah, genau. Genau. Ich habe gerade keine Ferngluster, beides finde ich nicht genau anzummen. Hm. So, ich brauche erst einmal wieder eine neue Axt. So, und ich brauche jetzt mal ein paar Stufen. Und werde ich mich eventuell dann wieder auf Obsidian-Jagd gehen. Ah, genau. Wenn ihr da gleich noch ein paar, ähm, ein paar Rohstoffe wie zum Beispiel Eisen oder so mitbringt, wäre das vortrefflich. Weil ich verbrauche auch eine ganze Menge. Muss ich so zugeben. Wir brauchen gerade alle viel, denn wir bauen ja gerade nur. Ja, das ist wahr. So wie ich so hörte, ähm, wird auch Dares bald zurückkommen. Ja, wir hatten ja schon letzte Folge dabei. Hoffen wir es. Zumindest in der Kommunikationssphäre hatten wir ihn da. Ja. Hat er da leider nicht zu lang gehalten, war ein bisschen blöd. Ja. Hoffen wir, dass er besser geht. Und hoffentlich verirbt es sich nicht wieder. Ja, das ist tatsächlich schön. Ja, für ihn ist ja auch nicht gerade witzig. Nein, gewiss nicht, gewiss nicht. Ich hatte das Glück, dass ich mich noch nie wirklich verlaufen habe. Hm. So, irgendwas funktioniert hier gerade. Irgendwas. Hm. Und so, drei. Okay, die Treppe, die scheint, möchte nicht, ah, jetzt habe ich sie. Ich schiebe das, was möchte die Treppe nicht zu mir zurückkehren. Hm. Seltsam. Ja, egal. Hm. Ist das zu niedrig für Stufen? Ich glaube, das geht fast schon. Diese Höhe Stufen zu, ah, nein. Das war klar. So, da fällen wir mal hinter unserem Haus auch noch ein paar Bäume. Hm, das stimmt so. Ach, die Schuffen sind so, ah, unerträglich. Irgendwie. Und dann verbaut sie meistens immer verkehrt. Das ist das Nervigste an dem Ganzen. Okay. So. So. Sehr schön. Genau. So. Ah, Fackeln habe ich ja im Moment noch. Ähm. Also, falls ihr, ich denke, falls ihr für genügend, ähm, für genügend Stein sorgen könnt, dann kann ich sicherlich auch mittels Holzkohle für genügend, ähm, anderweitigen Rohstoff sorgen. Als für, für genügend Cleanstone. Das dürfte nicht das Problem sein. Ja, dann werde ich mich dann wieder in die Mini begeben. Ich werde jetzt hier noch ein paar Treppen platzieren und danach schaue ich mal. Genau, ich, ähm, ich möchte immer euch fragen, die Treppen hier, gefallen die euch so, wie ich sie da anbringe? Die Treppen, wo bist du? Ah, hier. Ah, da. Ich schaue, ich eile. Ah, so ein Saum herum. Ja. Ich gehe selber einmal hier hoch. Ja, so ein Saum ist doch schön. Ja, so etwas meine ich mit Verzierungen. Da wirkt auch der, ähm, Cobblestone ganz, kann er, kann somit auch ganz schön wirken. Genau deshalb habe ich das hier gebaut. Damit habt ihr genau das umgesetzt, was ich gemeint habe. Sehr schön. Ein Wunder ist geschehen. Ah. So. Gut, schauen wir mal, ob wir hier. Ah, nice. So, ob wir diesen Baum hier noch irgendwie gefällt bekommen. Ja, mit Sicherheit. Was sind denn das für gigantische Bäume, die hier teilweise wachsen? Das ist, aber sie bringen sehr viel Holz. Das ist etwas, was ich, etwas, was meiner Sicht, meinen Ansichten nach als positiv zu betrachten ist. Sie bauen heute noch sehr lange zum Abbauen. Ja, aber es lohnt sich, das Abbauen. Und ich denke da nicht, dass man in gleicher Zeit von anderen Bäumen mehr Holz bekommt. Ja, das glaube ich, darüber lässt sich, glaube ich, streiten. Ja, klar. Es gibt da immer verschiedene Ansichten. Es wird da immer verschiedene Ansichten darüber geben. Ich persönlich mag die großen Bäume ja nicht so. Ja, es ist halt auch etwas Arbeit da drauf rum, auf diesen herumzuklettern. Ja. Vor allem früher war das für mich sehr nervtötend, denn da konnte ich durch die Blätter noch nicht durchsehen. Ah. Das ist eine sehr schwierige Arbeit, da was zu finden. Mittlerweile fällt es mir schon etwas leichter. Jetzt habe ich schon die gelernt, wie ich da durchsehen kann. Ja, das ist natürlich auch so. Ich kann mich erinnern an einer der früheren... Ich kann mich erinnern an einen früheren... Also das ist auch schon sehr lange her. Also das sind dann Dinge, die noch länger her sind. Aus Geschichten. Aus einer Welt, die noch älter ist als die Welt, die wir noch kannten. Äh, da soll es auch, glaube ich, das Hobby eines, äh, das Hobby des Königs gewesen sein. Also ein König, also kein Kaiser, sondern eines Königs gewesen sein, ähm, den Urwald abzuholzen. Das schien sein Hobby gewesen zu sein. Und er holzte da ohne Unterlass und, ähm, da wurde aus, ähm, da wurde aus Dschungelland fruchtbares Farmland gemacht. Wow. Das war schon ziemlich. Und auch durch die ganzen Äpfel und so weiter, war es ihm beispielsweise auch möglich, seine, äh, Gefolgschaft zu ernähren. Unter anderem natürlich. Da gab es natürlich auch noch einen Koch und weitere, einen Koch und Jäger. Ja, einen Dschungel haben wir nicht. Nein, sonst hätten wir ja, sonst hätten wir ja auch Tropenholz. Ja, das gute Tropenholz. Ja. Schon ein schöner Baustoff auch. Und da war schon wieder mein, meine, äh, Eisenachst alle. Ich denke mal, ich werde mir jetzt extra aus Stein bauen, da wir nicht so viel Eisen zur Verfügung haben. Und ihr solltet vielleicht wieder, seid ihr, äh, baut ihr an eurem Leuchtturm oder seid ihr an der Mine? Ich fahre gerade meinen Leuchtturm, aber ich habe den Saum fast fertig. Und dann werde ich mich in die Mine begeben. Und dann ziehen wir dir jetzt so ein paar kleine kleine 50-报 рол secretoren. Okay. Und dann habe ich gegen ehem dollars überprüfen können. Vielen Dank.